Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabe und heute spreche ich mit dir über das Thema Loslassen in der Mitarbeiterführung. Da ist es so, wenn du Führungskraft bist, wenn du jemand bist, der Mitarbeiter begleitet, fördert, entwickelt, ist es wichtig, an die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiter zu glauben, loszulassen und sie dann ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. In dem Augenblick, in dem du deinen Geschäftspartnern, deinen Mitarbeitern Aufgaben gibst und dann regelmäßig kontrollierst, kontrollierst, die Dinge ein Stück weit wieder zu dir ziehst, da frustriert es diejenigen. Wenn du denen die Möglichkeit gibst, über sich selber hinauszuwachsen, dann macht das Riesenspaß und dann wird das erfolgreich. Und wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, dann trag dich ein zu einem kostenlosen Strategie-Call mit mir. Ich freue mich.